Heute geht es um die Sternstunden 2024. Ich nenne meinen Jahresvortrag jetzt seit ungefähr sieben Jahren so. Ich habe den das erste Mal offiziell vor sechs Jahren für die Tau-Buchhandlung und die Fragebuchhandlung gemacht. Und seither mache ich es eigentlich jedes Jahr. Bei der Agora habe ich es schon früher gemacht, da aber noch nicht unter diesem Titel. Und ich habe mir sehr viele Gedanken über dieses Jahr gemacht. Ich fange immer so ab Anfang Oktober des Vorjahres an, mir die Transite anzusehen und zu schauen, wie fühle ich mich denn für dieses Jahr und was werden denn so wichtige Themen sein. Und es ist halt so, wenn ich jetzt am 11. Januar über das rede, dann ist das noch nicht alles festgegossen. Es bewegt sich, gerade die ersten Monate kann ich wesentlich präziser etwas zu sagen als das Ende des Jahres. Deswegen finde ich es auch immer so wichtig, sich das einfach nochmal vorzuholen im Laufe des Jahres und sich nochmal Gedanken dazu zu machen. Ich werde sicher zur Jahresmitte nochmal alles Revue passieren lassen, was passiert ist und was noch auf uns zukommt. Aber ich denke, ich kann euch trotzdem einen guten Leitfaden geben durch diese nächsten Monate. Und ich habe hier schon noch Folien drin, die ich bei der Tau-Buchhandlung auch hatte. Und ich werde ja auch nochmal bei Frage was machen und deswegen möchte ich mich noch einmal kurz vorstellen. Ich habe nämlich gerade frische Fotos machen lassen, Ruhe und ich. Und ich finde dieses Foto ganz reizend. Und ihr wisst ja alle, wer ich bin, aber ich dachte, ich hole jetzt auch nochmal meinen Mann rein, der heute total gerne auch dabei wäre. Aber er sitzt gerade in einem Bus von Hannover zurück nach Hamburg. Und so ist er ein wenig anwesend. Und ansonsten, alle Bilder, die ich euch heute zeige, stammen aus dem Licht- und Schattentarot von der Anne-Chris-Anne-Chris. Ich verwechsel es immer. Es steht gleich die ganze Zeit immer in den Folien, von wem die Karten sind. Jedes Jahr nehme ich für meine Präsentation ein anderes Deck, weil ich das immer ganz schön finde, einfach so ein bisschen spielerisch zu illustrieren. Und dieses Jahr habe ich mich für dieses Deck entschieden. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Der Kurs ist so aufgeteilt, dass wir drei Teile haben. Und zwar werde ich euch am Anfang etwas zu der Numerologie des Jahres sagen, aus Sicht der Tarotkarten. Im zweiten Teil reden wir über die Startenergien des Jahres. Also wo stehen wir gerade astrologisch gesehen? Und dann werden wir durch die einzelnen Monate im dritten Teil reisen. Und ich werde euch jeweils zusätzlich nochmal sagen, in diesem Monat ist eher das, in diesem Monat jenes. Und so werden wir uns dann allmählich das Jahr erschließen. Als erstes fange ich mit der Numerologie an. Und wie üblich werde ich einfach erst einmal nochmal euch numerologisch in die Dekade einführen. Und das habe ich jetzt schon öfters getan. Also alle, die das schon gehört haben, nicht nervös sein. Ich finde es immer wichtig, sich das einfach jedes Jahr nochmal vor Augen zu führen, weil ich tendiere auch dazu, es zu vergessen. Ich habe gerade einen Podcast gehört von der, wie heißen sie, die Intensivstation. Es ist so eine Satire-Serie, die es im Radio gibt. Und die haben gerade, die haben auch, nicht auch, aber sie haben sich 2009 gegründet und so die letzten 15 Jahre ihrer Satire-Revue passieren lassen. Und 15 Jahre, das ist, Pluto war diese 15 Jahre in Steinbock. Und ich fand es total spannend, was die da alles nochmal hochgeholt haben an Themen, die in den letzten 15 Jahren passiert sind, die ich alle längst vergessen hatte. Und eine erste Sache, wenn wir über dieses Jahr, was jetzt kommt, nachdenken, ist es halt auch, sich nochmal vielleicht die letzten 15 Jahre zu vergegenwärtigen. Komme ich aber auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, wie sieht es aus mit der Numerologie? Wir sind jetzt ja in den 2000ern, im 21. Jahrhundert. Und das 21. Jahrhundert ist ein bisschen blöd, numerologisch das zu erzählen. Moment, ich versuche hier gerade noch. Meine Maus, da ist meine Maus. Das 21. Jahrhundert ist natürlich durch eine 20 bestimmt. Das bedeutet, dass wir uns energetisch sehr stark mit der Zahl 2 auseinandersetzen in diesem Jahrtausend. Das Jahrtausend zuvor wurde von der 19 geprägt. Und die 19 wird ja im Tarot der Sonne zugeordnet. Und in diesen 19er Jahren, dahinter steht auch der Magier, wenn wir die Quersumme der 19 bis auf eine einstellige Zahl herunterrechnen, und das war eine Zeit, in der der Logos sehr stark war, in der wir ja auch natürlich immer sehr stark so über männliche Energie nachgedacht haben, die Vorherrschaft der einzig wahren, richtigen Idee des Fortschrittes. Es gab immer nur eine einzige Wahrheit. Also wenn man eine Frage gestellt hat, dann gab es darauf eine richtige und eine falsche Antwort. Und diese Energie ist jetzt immer mehr verblasst. Das hat im Jahre 2000 langsam angefangen. Wir haben jetzt halt immer mehr diese Energie der Hohepriesterin, bei der es vielmehr darum geht, anstatt nach außen zu wirken, 19, Sonne strahlt, mehr nach innen zu wirken. Und es geht auch ein bisschen darum, dass wir uns immer mehr, ein bisschen, es geht sogar sehr darum, dass wir uns immer mehr von dem Thema Fakten, Logik abwenden. Ein ganz großes Thema im 20. Jahrhundert, also in dem Jahrhundert, das mit der 19 begann. Und dass wir lernen müssen, dass es auf eine Frage nicht eine einzige richtige Antwort gibt, sondern viele verschiedene Antworten. Das ist jetzt erst mal weder gut noch schlecht. Es ist nur ziemlich verwirrend für alle, die in dieser anderen Energie aufgewachsen sind. Die Menschen, die später geboren sind, die haben damit weniger Probleme. Aber prinzipiell ist es für alle Menschen in dieser Energie schwer, sich auf gemeinsame Fakten zu einigen. Und das kriegen wir gerade überall in der Welt vorexerziert. Ich glaube, da muss ich jetzt eine Beispiele nennen, weil wenn ich damit anfange, höre ich nicht mehr auf. Es entstehen immer mehr Parallelwelten und sehr stark polarisierende Ansichten. Das habe ich schon 2020 gesagt und seither ist es schlimmer geworden auf jeden Fall. Man argumentiert jetzt nicht mehr aufgrund von Fakten, sondern es wird immer mehr aufgrund von Gefühlen und persönlichen Meinungen argumentiert. Auch das ist eine Tendenz der Hohepriesterin. Und man redet nicht mehr so stark darüber, was man weiß, sondern man glaubt oder man spürt. Und auch diese Tendenz nimmt immer mehr zu. Wir werden nicht umhinkommen zu lernen, dass wir nicht mehr die Zahl 2 als eine Zahl der Polarität oder Dualität sehen können, sondern wir werden sie als eine Zahl der Parallelität erlernen müssen. Es wird einfach dazu kommen, dass wir immer in unterschiedlichen Blasen unterwegs sein werden. Und es wird, glaube ich, sehr schwierig sein, diese wieder zusammenzuführen. Vielleicht in einigen Jahren, aber bestimmt nicht in den nächsten drei oder vier Jahren. Da wird das immer weiter noch auseinander gehen. Und deswegen ist es wahrscheinlich wichtig, dass wir uns alle weiterhin immer wieder überlegen, was ist denn mein eigener Standpunkt? Und was kann ich tun oder mit wem kann ich mich umgeben, um meinen eigenen Standpunkt festzuhalten? Und dennoch ist da die Aufforderung, sich auch mit den anderen Standpunkten und Meinungen immer wieder auseinanderzusetzen und vor denen nicht die Augen zu verschließen. Die Energie des Herrschers, der auch dieses Jahr bestimmt, denn wir haben das Jahr 24 in der Dekade der 20. Die Dekade der 20 im Jahr 1000, 2000 ist natürlich besonders stark von der Hohepriesterin beeinflusst, zwei Zweien. Aber im Jahr des Herrschers haben wir vielleicht wirklich die Möglichkeit, diesen Standpunkt zu festigen immer mehr. Und das wird auch notwendig sein, weil die nächsten Jahre werden nochmal ziemlich wackelig werden. Gleichzeitig ist der Herrscher für mich in diesem Jahr ein Bild dafür, dass die Herrscher dieser Welt alles tun werden, um weiter zu herrschen. Und dass wir uns da wappnen müssen, nicht durch viele Ohnmachtserfahrungen zu gehen. Als Kollektiv, aber auch im Persönlichen. Also eine interessante Energie. Ich möchte euch auch nochmal erinnern, was das Thema des Jahres 2023 war. Das errechne ich ja dadurch, dass ich die Quersummen eines Jahres zusammenziehe. Also zwei plus zwei plus drei ergibt sieben. Und das war das Jahr des Wagens. Ich habe hier mal optimistisch geschrieben, dass es darum ging, im Jahre 2023 sich die Bahn frei zu schießen, möchte ich nicht sagen, aber auf jeden Fall sich die Bahn frei zu machen für das Thema Selbstverwirklichung, für das Thema persönlichen Erfolg. Und im Idealfall haben wir da auch was für getan. Ich kenne wahnsinnig viele Menschen, die 2023 etwas Neues in ihrem Leben begonnen haben, den Mut, auch ein wichtiges Thema des Wagens gefunden haben, etwas anzufangen. Und es war vor allem sehr, sehr wichtig, sich immer wieder auf dieses Ziel auszurichten, nicht so sehr nach links und rechts zu gucken, die Pferde zusammenzuhalten, wie wir es hier sehen, ohne Zügel, hohe Kunst und einfach nach vorne immer zu gehen, ein wenig dabei einen Tunnelblick zu entwickeln. Gleichzeitig war es 2023 sehr wichtig, dass wir zwar schon uns mit Menschen treffen, auseinandersetzen, Gruppen bilden, aber innerhalb dieser Gruppen nicht zu allem Ja und Amen sagen, sondern immer wieder zu unserer individuellen Meinung zu stehen und uns nicht einem Gruppendruck unterzuordnen, was vielleicht das Thema des Jahres 2022 war. Von daher, wenn ihr das Gefühl habt, ja, da habe ich ganz gut gearbeitet mit, dann ist das eine super Sache. Wenn ihr da noch nicht so weit seid, auch nicht schlimm, dann bekommt ihr vielleicht in diesem Jahr die Chance dazu, das zu tun. Denn dieses Jahr ist ja ein Jahr, das durch die Acht bestimmt wird. Wie komme ich darauf nochmal für alle? Wie berechnet man die Jahreszahl? Man rechnet einfach Zahlen des Jahres zusammen. Zwei plus null plus zwei plus vier ergibt die Acht. Und die Acht ist im Tarot eine spannende Zahl, denn die Macher von Tarotkarten konnten sich nicht so genau einigen, welche Karte sie der Acht zu zählen wollten. In der europäischen Tradition, hauptsächlich durch Dexie, das ist Tarot de Marseille geprägt, da ist die Acht die Gerechtigkeit. In der amerikanischen Tradition, die mehr durch das Deck von Arthur Wade und Pamela Comen-Smith geprägt ist, da ist es die Karte Kraft. Und beide Karten stehen inzwischen ziemlich gleichberechtigt da gegeneinander, wenn es um die Zahl Acht geht. Und die Acht, die hat halt sowohl, wenn wir die Kraft uns anschauen, als auch die Gerechtigkeit anschauen, damit zu tun, dass wir etwas in Balance bringen. Bei der Kraft sind es unsere Triebe und Instinkte, die wir besser kontrollieren, wie der Mann eben auf dem Wagen seine Pferde kraftvoll kontrolliert sozusagen. Und wenn wir die Gerechtigkeit mit der Acht verbinden, dann geht es mehr darum, dass wir auch von außen überprüft und kontrolliert werden und eine Art Bestandsaufnahme gemacht wird. Ja, wo geht es für mich hin jetzt? Anhand von äußeren Zeichen wird mir gezeigt, gehe ich den Weg, der jetzt gerade gut für mich ist oder nicht so gut. Und wenn ich sage gut oder nicht so gut, dann meine ich zum jetzigen Zeitpunkt ist es vielleicht nicht ideal, etwas zu verfolgen, was nicht so funktioniert. Hinter Kraft und Gerechtigkeit steht auch noch dieses Jahr der Stern oder die Sternenfrau, die wir hier abgebildet sehen. Denn der Stern, der hat ja die Zahl Nummer 17. Und wenn wir davon die Quintessenz ziehen, dann kommen wir wieder auf die Acht. Eins und sieben ergibt acht. Und somit ist für mich dieses Jahr ein Jahr, wo wir das, was wir im Jahr 2023 losgetreten haben, unbedingt weiter verfolgen sollten, daran festhalten sollten. Und das Jahr wird uns zeigen, auf gerechte Weise, ob unsere Stärke reicht, dieses Ziel zu erreichen oder ob es vielleicht nicht das ist, was gerade dran ist. Und ich kann euch nur raten, wenn ich mir die Numerologie und auch viele andere Aspekte dieses Jahres ansehe, wenn etwas, was euer Herzenswunsch ist, einfach nicht klappt dieses Jahr, wenn da überhaupt keine Resonanz kommt, dann lasst es sein, macht was anderes, weil es ist es wahrscheinlich nicht. In diesem Jahr sollte die Saat eurer Bemühungen langsam aufgehen. Und das halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Thema dieses Jahres. Es gibt noch eine weitere Zahl oder zwei weitere Zahlen, die interessant sind für dieses Jahr. Das sind Zahlen 20, denn wir sind ja im 21. Jahrhundert, das aber durch eine 20 beschrieben wird. Und die Zahl 6 im Jahre 24 dieses Jahrtausends kann man die 2 und die 4 zusammenzählen und kommt auf die 6, auf die Liebenden. Und die andere Karte, die 20, die ist das Gericht. Und ich finde diese Kombination gerade hier in diesem Tarot total schön. Es hat was von, ich gehe immer wieder, und das mache ich jetzt das ganze 20. Jahrhundert, nein, das ganze 21. Jahrhundert immer wieder, immer wieder mit mir selbst ins Gericht. Ja, ich achte immer wieder auf die Zeichen der Zeit und überprüfe sie in mir auf Stimmigkeit. Und all das, was ich dadurch erfahre, für mich selbst, in mir selbst, das gebe ich nach draußen weiter. Und je nachdem, ob Menschen dann auf das eingehen, was ich nach außen zeige oder auch nicht, kann ich erspüren, erfahren, ob ich mit den Menschen jetzt gerade weiterkommen werde oder ob das vielleicht etwas ist, wo ich noch nachsuchen muss, nach Verbündeten sozusagen. Prinzipiell sind auch beide Karten stark mit dem Thema Vertrauen verbunden. Ich glaube, wir kommen überhaupt durch die nächsten Jahre am besten, wenn wir uns bemühen, immer wieder ins Vertrauen zu gehen, weil tatsächlich gibt es einige Hürden zu bestehen und in diesem Jahr sind das auch einige. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!